Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu Portal 2 mit Chunk, wie man ihn direkt sieht. Oh, hinter mir. Hallo. Zermalma startet. Auch schön. Wir wären bei 3 jetzt. 3 wäre dort oben. Ich bin schon mal unterwegs. Wuii. Wuii. Ich nutze mal das Portal von Chunk. Und ja, Flutlichtoberflächen. Also wir starten direkt durch. Setz mal wieder zurück. Du, der das schon mal gespielt hast. Nee, 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 nee. Und so. Passt aber. Ich bin mal gespannt auf die heutigen Folgen, Serien, Sessions. Kann nur besser werden als das letzte Mal. Ja, und unwissender. Hey, komm schon. Wir haben uns dann irgendwann doch schon irgendwo durchgemurzert hier. Ist ja nicht so, dass man... Ja, um Gottes Willen. Also bei einigen haben wir dann noch ein bisschen gehangen. Ich erinnere mich nur an den Ventilator. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Weiche Eier. Also hieraus weiß ich noch, wie das geht. Aber auch, weil ich die Mechanik kenne. Eigentlich relativ simpel. Man weiß, wie. Magst du es ausprobieren? Ich kann es schon mal nicht abschließen. Es kommt doch hier so komische Farben, die heißt so Beschleunigung und so. Nein, Chunk, da sind wir nicht. Denk simpler. Hier geht es weiter. Ah. Ach schon. Ja. Es ist aber keine weiße Wand. Die ist grau. Ja. Dezent. Was ich mich gerade frage. Ach so, ja. Genau, Chunk. Ähm, magst du zu mir? Dankeschön. Wo bin ich denn? Du witzig und wollte ja. Nee. Nein. Ähm. Jetzt bin ich gerade. Ah, genau. Du darfst, Chunk. Genau. Danke. Was habe ich dir die ganze Zeit gemacht? Dann lass mich mal vorbei. Weißt du? Im Gegenteil, schmeißt du ja. Und dann machst du sowas, ne? Dann machst du sowas. Super, Chunk. Dank dir bin ich gerade runtergeflogen. Ja, dank mir. Gerade dank mir. Sicherlich wegen mir. Was habe ich denn getan? Wie toll logisch ist das, dass du dich gedreht hast? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur deinem Portal gefolgt. Danke, Chunk. Danke. So. Ja, wo bleibst du jetzt schon? Oh, nee. Ich lerne es noch. Ja, danke. Bitte schön. Ich versuche ja wenigstens einigermaßen hier nochmal voranzukommen. Du merkst es nicht mal, was du schon mit dem Scheißen brauchst, oder? Mhm. Ach, Chunk. Ich kann doch nicht meine Portale lassen. Du musst ja immer so. Da kann ich dir runterfallen, wenn du wieder dein Zeug machst. So. Jetzt setze ich dort schon mal die Portale. Und drüber, dass du mich wieder von der Kante schubst. Ja, ich schubst dich ja sowas von der Kante, ne? Wenn du dich irgendwie an mir vorbeidrängeln möchtest, ne, mein Lieber? Geht schon wieder gut los, ja. Oh. Okay. Hm. Ja. Hey. Eigentlich müsste das doch gehen. Gut gemacht. Ah, okay, gut. Ja, so läuft das. Was denn? Ich hab bloß was getrunken in aller Ruhe. Dauscht das jetzt auch nicht mehr, oder was? Ah, gut. Funktioniert. Ach, Chunk. Okay. Ich dachte eigentlich, dass die Portale auch mal bleiben könnten. Da oben ist was Blaues. Okay, machen wir es halt anders. Ach so, scheiße. Ne, warten wir mal. Jetzt kommen wir weg hier. So, spring hoch und im richtigen Moment aktiviere ich. Was willst du jetzt? Okay. Spring einfach hoch. Dankeschön. Merkst du was? In Ordnung. Dann. Ich nehme mal an, wir müssen da rüber. Huch. Vers höher. Wunderbar. Ich mach's anders. Und. Ups. Ja, okay. Das war ein bisschen schlau. Magst du nochmal kurz zurücksetzen? Zurück zum Upway. Ja. Gut gemacht, Chunk. Super. Dankeschön. Dann kann ich ja auch hier einfach durch. Dankeschön. Guck mal da. Ja, da ist ein Ball. Ähm. Freu ich jetzt damit? Ja. Ja. Glaubst du? Es sollte ja unten gegen... Lass ihn fliegen. Dankeschön. So. Jetzt rein theoretisch einfach nur andersrum. Ja, ich wollte es andersrum machen. Wieso? Ich dachte, dass du mich einfach mal da oben lässt. Den dir das Ding kurz weg und wieder anmachst. Dankeschön. Gut. Für nichts. Los, spring hoch. Ach, jetzt aber. So, bitteschön. Ah. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Äh, die wäre? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Ähm. So gestenken. Freundschaft entwickeln. Miteinander arbeiten. Teamwork. Ja. Ich versuch's ja wenigstens. So allein ist Teamwork immer schwer. Was du nicht sagst, Chunk. Was du nicht sagst. Ich hab den Lösungsansatz wenigstens gesehen gleich am Anfang. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Ich warte mal, lieber. Wieso wartest du lieber? Ich schau mich hier nur um. Da ist ein Pfeil nach oben. Komm mal her. Okay. Ich glaube, jetzt musst du das hier wieder anzetteln. Machen wir da drüben ein Portal. Jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Und? Dunkelblau bei dir. Bitteschön. Dankeschön. Gut. Rein theoretisch. Die Sachen, die du natürlich sofort selbst erkannt hast, versteht sich. Natürlich. Sehr gut gemacht. Die Menschen sperrten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich hielten. Sie hätten sie dafür viel mehr auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach verfallen. Sehr gut. Aber ich merk schon, du bist diesmal deutlich fitter, Chunk. Ich versuche aber mal durch nachzudenken. Sollst du auch mal probieren. Merkwürdig. Nicht wahr? Jo, dann sterben nicht so viele Pokémon weg in anderen Projekten. Ja. Die schönen Pokémon. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Ne? Da war eine Kante doch. Ach, Chunk. Und? Geht dir gar nicht. Der Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Nebenbei. Ausprobieren. Ah, da vorne. Ach, Chunk. Ja. I see. Gut. Dann kümmerst du dich darum. Nein. Kommt der Ball? Da ist der Ball. Da kommt der Ball. Ich hab... Ja. Da hinten ist... Da hinten ist... Gut. Soll ich jetzt versuchen zu fangen am besten? Oder denkst du, wir sollten da eine Brücke machen? Ich bin gerade damit überlegen, weil... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du dort noch stehen bei den Schalter oder fliegst du sofort drunter, wenn die Brücke weg... Ah, ne, die Brücke bleibt noch. Die Brücke bleibt. Gut. Dann bitteschön. Kommst du da auch direkt hoch? Wieder? Nope. Gut, dann komm mal her. Dann so gesehen könnten wir eigentlich, ähm... Warte, war da oben was? Warte, lass mich jetzt kurz mal zurück. Wir könnten rein theoretisch hier hoch wieder. Ähm, dann warte letztlich einmal hier. Und einmal da. Ja, und da oben. Dann gehen wir da durch. Da muss ich den Ball mal kurz ablegen. Und dann rein... Okay, du machst das dann da. Okay, gut, passt. Genau so wollte ich es auch ungefähr machen. Das war in der Tür. Da, 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 da. In Ordnung. Ich kann jetzt auch... Sehr schön. Dann können wir ja weitergehen. Jo. Hat das wieder gut gemacht, ne? Große Klasse. So, okay. Für die Wissenschaft. Du hast es überlebt. Gratulation. Ja, und es wundert mich auch gerade ein wenig. Ja, also du könntest natürlich... Ich meine, das wird sehr viel Sinn ergeben. Das ergibt auch sehr viel Sinn. Und wir sind gar nichts anderes. Ich komm mal zu dir rüber. Ah, ich see. Okay. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was gemacht werden soll. Wir sollen uns irgendwie selbst eine Begrenzung machen, dann wird man jetzt so dann direkt... Ja, warte. Ich mach das so und dann muss... Warte, wait. Nee. Geht gar nicht. Genau so ungefähr so. Dann muss ich das niedriger setzen, oder? Ja. Ja. Ähm. Ja, Chunk. Das ist ein bisschen der falsche. Du solltest... Ja. Aber der Ansatz wurde da, ja? Ja, Chunk. Super gemacht. Dann. Wege Trader. Magst du nicht eher vielleicht auf der Seite, weil wir da rüberspringen? Ja, doch langweilig. Ja, Chunk. Super, super. Du und deine... ...Kalkulationen da, ne? Ich hab... Ich bin drauf gelandet, ja? Mhm. Das ist jetzt dahinter. Spring drum mal, bitte, Chunk. Du musst dann bloß noch ein bisschen seitlich lenken. Ich bin schon. Seitlich denken. Wobei, ich könnte ja... Warte. Seitlich lenken. Ich denke. So. Ich hab jetzt extra so ein bisschen... Wobei, ich könnte entweder weiter nach vorne oder weiter nach hinten setzen, das Portal. Jetzt mal dein Portal. Ich könnte es notfalls auch ein bisschen weiter vorne setzen, dann. Wird es besser passen. Ähm. Ja, okay. Gut. Und jetzt könntest du dein Portal dafür nutzen, damit wir hier immer wieder hochspringen können. Ah, so. Ah, nee, schau. Jetzt mit der Art von? Perfekt. Ähm. Ah, da hinten. Sehr schön. Ah. Ja, Chunk? Alles klar. Na schon, da geht vorstehend, da bloß zurückgehen. Warte, wollte ich, wie kommt das da hin? Ja. Die hat Chunk. Die einfachsten Dinge sind meistens etwas wie andere Lüge. Hervorragend. Sehr schön. Die Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für alle Tests. Ja. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Die Pflanzen haben den Test bestanden? Na doch, die Belohnung der Pflanze ist auch da. Doch dass Sonne nicht eingefallen ist, haben sie genug Fotosynthese erhalten. Ja, ja, ja. I see. Es sind auch die kleinen Dinge, über die man sich freuen sollte. Mhm. Pflanzen dürfen gedeihen, weil Sonnenlicht einfällt. Super. Darüber freuen wir uns auch alle sehr. Portal 2-Echse funktioniert nicht mehr. Darüber freuen wir uns jetzt ein wenig, oh ey. Ähm, Programm schließen. Ähm. Aha. Ja, ja. Mhm. Dann starte ich mal die Portal 2-Echse. Ich hab nie mein, äh, Blackscreen gerade. In der Zwischenzeit. Die Aufnahme läuft ja weiter, ne? Ja. Gut. Sehr schön. Er versucht jetzt nur gerade Fehler einzubauen, dass wir die Aufnahme neu machen können. Und er mich dann wieder dumm dastehen lassen kann. Ja, ja, ja. Ich kenn das schon. Ich kate das jetzt einfach nur weg gerade. Was er jetzt alles sagt. Ich verseh das einfach alles, was er sagt, äh, mit nem Piepston. Und schneid das alles so zusammen, dass es für dich gut aussieht. Natürlich. Wie denn auch sonst. Schätz mal, die ganze Scheiße darf man jetzt sowieso nochmal neu machen. Nein, nein. Wir können ja direkt, äh, den Kurs auswählen. Ich weiß noch, wieder welcher war es jetzt? Dritte oder vierte? Das müssen wir ja rausfinden. Aber ich würde sagen, der Vierte war es. Vierte oder Fünfte war es sogar. Und selbst wenn. Hallo, wenn wir es nochmal machen. Wir wissen ja eh, wie es geht. Ja. Nicht wahr? Und außerdem, ich hab ja so einen kompetenten Partner mit dabei. Da dürfte es alles kein Problem sein.